Damit komme ich zu den beiden erotischen PC-Lern. Nein, was seid ihr eigentlich? Also er ist erotisch, wir sind einfach Konsoleros und ihr seid geil. Wir sind immer geil. Aber ich finde es gut, dass es mal zur Abwechslung Wulfenstein im Hellbereich geht. Habe ich schon bei der Konferenz heute gehört. Das ist, glaube ich, in der letzten Woche. Das ist der Running Gag des Hellbereichs, aber macht ja nichts. Aber Simon kennt sich ja auch großartig aus mit Stronghold, habe ich mir gesagt. Er ist ja einer, der das Spiel wirklich bis zum Abkotzen gespielt hat. Er zeigt euch heute die richtigen Insider-Kniffe. Also das ist auf jeden Fall ein ganz heißes Thema. Das ist halt nicht nur Wolfenstein. Bei uns gibt es eine richtig großartige Show heute. Eine großartige Show? Ja, richtig, eine großartige Show. Er hat, glaube ich, andere Themen. Heute gibt es eine wirklich großartige Show, nämlich wir haben Vampire-Aua. Mir ist gerade was im Rücken. Der Aua-Schrei kam erst zehn Sekunden. Naja, so weit ist es schon. Also wir haben Vampire-Slayer-Mod für Half-Life. Da werden wir heute reinspielen, morgen dann richtig loslegen. Wollte ich gerade sagen, das habe ich mir nicht schon. Wir haben heute Mittag schon ein bisschen gesehen. Du hast gesehen, was wir beide schon für Spaß hatten. Heute vorstellen wir morgen eine tolle Mod. Würde sich lohnen. Das sah sehr, sehr lustig aus, auch wenn jetzt Half-Life nicht unbedingt mein Genre ist. Aber was auf jeden Fall auch für dich ist, ist Medal of Honor. Da haben wir die Singleplayer-Demo letzte Woche schon vorgestellt. Und die werde ich heute versuchen durchzuzocken, was nicht so einfach ist. Aber bei den perfekten Skills, die der Running-Gag des BT-Bereich hat. Running-Gag des BT-Bereichs? Skills? Ach so. Lassen wir das. Eddie denkt noch ein bisschen drüber nach und überzeugt uns nachher mit seinem Können. Kann man das weiß, was ich mich frage, wenn ich so einen Kameramann Thomas ansehe? Nee. Ich frage mich, ob er die Hose vielleicht auch bis zum Kinn ziehen könnte. Nee, glaube ich nicht. Da ist einfach der Brustkorb zu muskulös. Also mein Bauchnabel ist jetzt hier, ja? Genau, dein Bauchnabel. Und die Hose hier, ja? Und bei Thomas ist der Bauchnabel auch hier und die Hose ist hier. So Steve Urkel-mäßig. Ja, nur der hat einfach mehr Stil als Urkel. Ih, lass das Hemd rein! Ah! Der hat ja echt so einen krassen Riesenbauchnabel da oben. Alter Schwede. Ey, noch ein bisschen höher, ey. Wo sind wir denn hier? Du, wenn man da Wasser reinmacht, hast du ja einen Swimmingpool für Kinder, ey. Ja, sehr witzig. Wir haben großartige Themen heute, eine großartige Show. Auf unserer Seite geht's los mit großartigen Themen, zum Beispiel dem WWCL Finals. Da war ich ja am Wochenende mit Peppa, Georg und Salik. Wrestling, ne? Das ist die WWF, Hannes. Die WWCL ist die Worldwide Championship of LAN Gaming. Ich weiß nicht, warum es Worldwide heißt, weil es waren nur deutsche Leute da und es waren auch nur deutsche Teilnehmer. Aber egal, klingt gut. Worldwide Championships of LAN Gaming könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wissen wollt, wer gewonnen hat. Irgendwie funktioniert die dumme Maus nicht. So, sonst würde ich das auch mal anklicken, aber... Hallo? Was ist mit der Maus los hier? Naja. Jetzt geht's. Man muss ja auch nicht immer alles vorkauen, ne? Ihr könnt es euch ja mal selber durchlesen. So, da seht ihr die ganzen Ergebnisse von jedem Turnier. Brood War, Age of Kings, Need for Speed, Grand Prix 3, Series Sam 1 in 1 Turnier gab's. Wirklich von jedem Turnier? Auch vom Beben 3? Ja, Beben 3. Da gab's sogar für den ersten einen Smart zu gewinnen. Echt? Mhm. Ja, ja. Im Beben 3 Design oder was dann so? Nein, im Smart Design. Ach so. Wir haben auch noch großartige Themen weiterhin, nämlich Team Fortress 2. Neue Infos, willst du was dazu sagen? Ja, also Team Fortress 2 habe ich mir gedacht, wir machen einfach mal so eine Exhumierung des Spiels. Es ist ja leider verloren gegangen, man glaubt es kaum, aber mit dem ganzen Counter-Strike-Hype und so. Ich habe da mal ein paar Infos zusammengefasst, ob es überhaupt noch kommt, wann es kommt und wie es kommt. Kommt's? Sag ich nicht. Okay. Dann haben wir auch noch weiterhin gute News, nämlich hier unten Half-Life-Mod Vampire Slayer 3 angeflockt. Angeflockt. Fantastisch. Hannes, das ist ein großartiger Gag. Und das werden wir gleich zocken, das ist nämlich ein richtig lustiger Mod und wenn alles gut geht, haben wir morgen einen Server und ihr zockt mit uns. Und ab morgen gibt es das auch bei uns zum Saugen, ne? Zum Saugen. Hey, zum Saugen. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was wir schon am Freitag angezockt haben, übrigens hier nochmal Unreal Tournament 2 im Preview. Ein fantastisches Preview vom Hannes, der ja in Kanada war und sich das Ganze angesehen hat. Sollt ihr euch durchlesen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Und hier unten könnt ihr euch dann die Medal of Honor deutsche Demo, die Singleplayer runterladen, 175 Megabyte und in genau die schauen wir jetzt auch mal rein. Wir können es ja nochmal erwähnen, wir würden hier an dieser Stelle bestimmt auch gerne mal die Vollversion zeigen, sie ist leider halt etwas verboten. Wir hoffen noch auf die deutsche Version, die genau hier entschärft es, wie man an den Kisten sehen kann. Können wir übrigens auch sagen, vermutlich, wenn alles so gut läuft, kriegen wir am Donnerstag einen netten Gast und der wird uns dann Medal of Honor ausgiebigst vorstellen, denn der hat das Spiel selber gemacht. So, jetzt Hannes, du kommentierst, ich muss mich drauf konzentrieren, damit ich nicht... Okay, also es raucht und es raucht und es schießt und es ist ein bisschen besser zu kommentieren. Wir sind irgendwo in den Hecken zwischen der Küste der Normandie und dem Inland der Normandie, also irgendwo kurz in der Küste. Okay, ich starte nochmal neu. Etienne startet nochmal neu. Nein, unsere Aufgabe ist jetzt, The Nebelwerfer Hunt zu initialisieren. Das ist die Jagd nach den Nebelwerfer-Raketen-Batterien. Weißt du, was das ist? Äh, Nebelwerfer, so die Dinger, die wir auch hier im Studio haben. Naja, die heißen merkwürdigerweise Nebelwerfer. Das sind aber ganz krasse, Stalin-Orgel-mäßige Raketendinger, V3 und so, ne? Ah, so. Irgendwie. Auf jeden Fall ganz krass und die können da nicht stehen bleiben, sonst wird die Invasion nicht vorankommen. Und du bist jetzt eben hier der Spezialagent hinterfeindlichen Dinger, der diese Dinger eben ausgleichen, oder wie man das so nennt soll. Genau, und ich habe eben den Panzerschreck eingenommen und den werden wir gleich mal benutzen für den ersten auf uns zurollenden Panzer. Ist übrigens ungefähr die Mitte des Spiels, kann man sagen, im vollen Spiel. Und ich habe die Demo durchgezockt und kann nur sagen, das wirkt richtig beinhart. Also am Freitag haben wir das, was wir jetzt sehen, auch schon gezeigt, aber es wird wirklich noch einiges härter. Wesentlich härter, ja, ja, es gibt auch noch einen netten, was heißt netten, so kann man es ja nicht nennen. Also am krassen Häuser-Kampf, der Wulfenstein, vermutlich besser auf dem PC zur Zeit nicht geht. Also ich muss auch sagen, für mich, zumindest was Singleplayer angeht, der klare Gewinner im Kampf gegen Wulfenstein. Also das muss man schon sagen. Ja, ich habe ein paar Testberichte schon gelesen von dem Magazin und ich kann es nicht verstehen. Also so Wertung mit 86 Prozent ist für das Spiel echt zu wenig. Also ich finde auch, das ist mit einer der besten Ego-Shooter, die ich gespielt habe seit 0.15. Zumindest was den Singleplayer angeht. Also Wulfenstein im Multiplayer ist wirklich einmalig, aber... Wulfenstein im Singleplayer ist nett, aber nicht einmalig wie das hier. Kommt natürlich auch darauf an, wenn du jetzt wirklich auf Zombies stehst und auf diese ganze It-Design-Philosophie, sagen wir es mal so, dann ist natürlich Wulfenstein vielleicht eine Nase. Ja, es ist halt hier, was mir auch aufgefallen ist, in der Demo sehr viel so Stellungskämpfe. Und bei Wulfenstein im Singleplayer ist es halt schon mehr so, du kannst ruhig die Levels durch und hier musst du echt dauernd Deckung nehmen. Und auch vor allen Dingen mit deinen, oh, die ich übrigens jetzt vergessen habe mitzunehmen, mit deinen Männern. Da kommen sie. Da sind sie. Und man muss auch mal darauf achten, wie intelligent die sich verhalten, aber auch wie intelligent die Gegner sich verhalten. Zum Beispiel bei den Gun-Turrets, also bei diesen Maschinengewehren. Die gehen erst dran, also sie lassen die erst leer, sodass man denkt, huh, da ist gar keiner. Und geht hin und dann gehen sie erst an die Dinger dran und überraschen einen. Lauter so Geschichten. Also es ist echt, ich habe das, also das Bezockt hat mir auch aufgefallen. Es war wirklich fantastisch teilweise, wie die Missionen anders verlaufen. Also einmal war es so, da bin ich in eine Basis reingegangen, da haben sie mich nicht bemerkt. Dann konnte ich einen Gefangenen retten. Der wurde nur ein bisschen geschlagen, aber ansonsten nichts. Und einmal bin ich in die Basis rein, da haben sie mich bemerkt, als ich rein bin. Und sie haben den Gefangenen leider vor mir, bevor ich ihn retten konnte, erschossen und so Sachen. Also schon ziemlich hart, aber auch ziemlich geskriptet. Das ist echt das neue Haarflat für mich. Aber würde man es eigentlich überhaupt nicht vergleichen? Nein, einfach nur rein von der Spannung her und von den vielen Skripts und den vielen tollen Ereignissen. Man muss natürlich auf so eine Problematik und so eine Spielthematik stehen. Also wenn man nicht auf Freitag-Weltkrieg aus ist, wenn man sowas spielt, dann kann man natürlich nicht auf die Spiele fragen. Also ich muss sagen, es ist auch irgendwo fragwürdig. Das sage ich, ich will hier nicht den moralischen Zeigefinger jetzt erheben, weil ich zocke halt auch so Spiele gern. Aber es ist teilweise so realistisch und also gerade auch, ich meine, die Werbung, die die teilweise für das Spiel gemacht haben, hast du ja auch gesehen, irgendwie da bei der Strandung an der Normandie und ich weiß nicht, wie war der Slogan? Ja, irgendwie, weiß ich nicht, mit 75%iger Wahrscheinlichkeit wird das das Letzte sein, was sie sehen werden. Finde ich schon teilweise geschmackslos. Aber muss ich, sage ich ganz ehrlich, also, oder? Ja, es geht so. Aber es ist auf jeden Fall heftig, aber es ist auch ab 18 wahrscheinlich und für Erwachsene ist das okay. Und macht auf jeden Fall Spaß. Wir zocken gleich ein bisschen weiter. Singleplayer-Demo von Medal of Honor, A Light Assault. Ich freue mich schon mal auf das nächste Thema. Das, was gleich folgt, einzustimmen, haben wir einen großartigen Vote gemacht, beziehungsweise Hannes hat einen großartigen Vote gemacht zum Thema Vampirfilm. Und die Frage, welcher Vampirfilm ist der beste? Die hat sich natürlich offensichtlich gestellt bei dem Thema Vampirfilme. Und schauen wir mal. Die haben auch richtige Klassiker zur Auswahl. Blade kommt ja bald der zweite Teil, ich freue mich. Auf jeden Fall. Einer meiner auf jeden Fall Highlights oder Vampir-Highlights. Dracula gibt es natürlich jetzt nicht den Film, da gibt es ja 5000 verschiedene Versionen. Da zählt alles von Bram Stokers bis zu den alten Christopher Lee-Dingen und Nosferatu-Schinken. Dann haben wir hier noch From Dusk Till Dawn, auf jeden Fall meiner Meinung nach die Nummer 1 der Vampirfilme. Auch wenn es nicht so ein richtiger Vampir... Also, naja, es ist ja eine Road-Movie-Mix, Monster-Splatter. Dann der Versuch, das Ganze zu toppen von Carpenter. Ah, nee, der war scheiße. Ein bisschen objektiver bitte an den Vote rangehen. Ich meine, er war scheiße, aber muss man nicht sagen. E, E war richtig gut. Rüdiger, der kleine Vampir. Hast du auch mal die Bücher gelesen hinten von Rororo mit den Comics drauf? Nee, ich habe eigentlich eher unseren Chef hier gemeint. Der Rüdiger, weißt du, der hat... Der sieht doch immer so bleich aus. Das ist auch so ein Blutsauger, ne? Das sollst unser Blut und so, deswegen Rüdiger, der kleine Vampir. Ich weiß. Gucken wir mal, wie es bis jetzt aussieht. From Dusk Till Dawn knapp mit Dracula. Dracula? Sicher Dracula. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Das kann doch nicht sein. Na ja, die alten Klassiker. Na, aber jetzt spüren wir weiter. Metal of Honor Singleplayer Demo und live und ungeschnitten. Wir sind jetzt mittlerweile irgendwo in... Wie heißt das? Caf? Äh... Wissen wir nicht, ne? Nee. Französisches Caf. Absolut zerbombt. Und hier sehen... Ich führe jetzt mal ganz kurz was vor. Ich mache jetzt mal so ein kleines Selbstmordkommando. Genau. Einfach mal zu demonstrieren, wie... So sieht es aus, als ob hier niemand wäre. Hm, schön. Leeres Städtchen. Können wir hier einfach mal hingehen. Macht gar nichts. Move up there! Und dann... Over there! ...fest. Da wird schon irgendwo geschossen. Ich weiß nicht direkt was. Und dann auf einmal hier. Kommen sie überall. Da haufen sie auf einmal alle auf. Und dann geht's... Hier. Da stehen sie. Da ist ein NG-Turret. Man merkt auch, dass die irgendwie... Also sie viel intelligenter werden. Aber zum Teil ist es so, am Anfang von einem Level laufen sie dir noch entgegen. Und später haben sie dann irgendwelche Ambushes und Hinterhalte gelegt. Und solche Sachen. Also das Level-Design ist echt... So, also das war jetzt nur als Beispiel, wenn man es nicht mal soll. Jetzt versuche ich das Ganze mal taktisch etwas schlauer zu machen. Mach doch mal von Haus zu Haus und schau erst mal, ob die im Haus drin sind. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Da hat falsche Waffe dafür. Was hast du für eine schwere Waffe? Den Panzerschreck, ne? Äh, ja. Also du spielst jetzt natürlich nicht so ein... Wir sammeln 5000 Waffen ein und tragen die auch alle mit uns rumspielen, sondern eher ein realistisches. Man hat halt seine fünf Waffen. Und mehr auch nicht. Genau. So, ich kann mich eigentlich auch mal wieder aufrichtig hinstellen. Und da es diese fünf Waffen eben auf beiden Seiten gibt, kommen wir dann auch auf eine stattliche Anzahl von Waffen. Wo ist denn der? Sechs. Sechs pro Seite. Also insgesamt zwölf. Nehme ich mal Sniperrun? Sieben. Sieben. Entschuldigung. Entwisch ich den? Nee. Da könnte ich eigentlich auch mal versuchen, mit einer Granate ein bisschen Schaden zu machen. Das Coole ist auch wirklich, dass die Leute, die auch ernst nehmen, die Granate. Das heißt, da fliegt eine Granate hin, dann rennen die auch wieder. Dann rennen die alle raus. Man kann dann wirklich beim Rausrennen nochmal einige... Also die haben wirklich ein Überlebensinstinkt teilweise. Nicht so ein... Was will ich mit der Granate? Ja, also ich bin echt erstaunt von der künstlichen Intelligenz der Computergegner. Das ist wirklich mit das Beste, was ich hier in einem Computerspiel oder in einem Ego-Schusser gesehen habe. Auf jeden Fall on par mit den Marines aus Half-Life. Die dann auch Granaten selber werfen und einen einkästen. Von hier oben kann man eigentlich ganz schön snipern. Aber man sieht es genau, der versteckt sich genau hinterm Auto. Es ist nicht leicht, die Typen einfach so zu ziehen. Die nutzen auch Ecken. Also hast du es dir aufgefallen? Die nutzen wirklich... Ja, ja. Wenn deine Ecke ist, dann kommt auch wirklich nur der Gewehrlauf hinter der Ecke vor. Und die Jungs sind auch ständig in Bewegung und das macht es natürlich schwer. Also zum Beispiel, wenn man einfach nur mal stehen bleibt in dem Spiel, dann merkt man, dass um einen rum ständig irgendwas passiert. Leute wechseln ihre Plätze und suchen Deckung. Ja, wenn du mit einer Sport unterwegs bist, kann auch sein, dass der Typ dann hinläuft und irgendwelche Leute heilt und selber einen Heiltrank trinkt. Also halt Medizinflashchen und so weiter und so weiter. Alles sehr nett. Und was dann auch lustig ist, dass die verschiedene Kampfweisen haben. Das heißt, wenn sie ganz nah an dir ran sind, versuchen sie dich immer mit ihrem Gewehr aufzuspießen und dich zu hauen. Auf mittlere Entfernung werfen sie dir immer eine Granate entgegen und auf weite Entfernung fangen sie zu schießen. So, da sehen wir jetzt, da hinten hat sich einer verschanzt auch mal nochmal an so einem Gum-Turret. Den habe ich erwischt. Das ist immer schwer zu knacken. Es geht. Also, es kommt drauf an. Es gibt schlimmere Stellen. Zum Beispiel... In der Nachtmission, wenn ich dann so ein Turret mit so einem Scheinwerfer aufs Korn nehme. Thompson kennt man ja auch aus Wulfenstein. Obwohl sie hier wesentlich hell sind. Ja, also, was zum Beispiel mir auch sofort aufgefallen ist, das sind einfach die Sound-Effekte bei Medal of Honor. Selten ein Spiel gesehen, was allein durch, also Audi, Audio... Ich habe gehört, die haben da selber im Labor wirklich alles gemacht. Die haben da Schnee hingeschaufelt und haben dann Schneegeräusche aufgenommen und Waldgeräusche und Wolfsheulen und selber Waffen abgefeuert, alles selber aufgenommen. Wenn man sich das jetzt mal hier anguckt und mich würde einer fragen, welche Engine ist das? Ich würde als letztes, glaube ich, die Quake-3-Team-Arena-Engine nennen. Also, teilweise die Level sind schon extrem groß. Ich muss auch leider sagen, dass es schon verdammt antwortvoll ist, was Hardware angeht. Also, schon mindestens 30 Prozent Antwort von der Hardware. Das wiederum wundert mich, weil Q3 läuft ja eigentlich, also bei mir zu Hause zumindest, noch recht gut auf meinem P2 400 mit 128 MB RAM und einer Geforce 2 MX. Aber das Spiel hier, no way. Die haben auch teilweise Techniken eingebaut, die es einfach bei Q3 so nicht gibt. Also, die Animationstechniken sind teilweise echt an 0-2-Niveau, dass sich die Animationen mixen und so. Wenn jemand eine Zigarette raucht und dich dann grüßt und einfach so eine Frau, das ist halt nun mal Hardware-intensiv. So, da drinne ist nämlich jetzt auch wieder so ein Gun-Turret. Hier links. Wollt ihr doch durchspielen, die Demo? Du schaffst doch jetzt mehr nicht, oder? Du musst doch noch zur Kirche. Ziel ist ja immer noch, diese The-Nebelwerfer, äh, Raketenwerfer auszuschalten. Das war meine Granate. Da bist du fast weg, die hauen unheimlich rein. Ja, ich mach mich jetzt mal auf den Weg zur Kirche, aber nee, ich will erst noch mal die Szene mit dem Panzer jetzt zeigen. Ich kann sie wieder nicht durchzocken, die Demo. Macht nix, weil wir gleich Vampire Slayer zocken. Aber ihr könnt sie durchzocken. Gibt's ja bei uns im Download-Bereich zum Runterladen. Und jetzt sehen wir's. Hier kommt jetzt ein Panzer. Ich bin mal kurz still, damit man das einfach mal ein bisschen mehr hört. Wie der da schon so anrollt. Er läuft dann so richtig so. Da sehen wir das Hint. Switch to your Panzer Shrek. Wenn wir den jetzt anschießen, dann sehen wir, wie viel Prozent Energie der quasi noch hat. 80. Vor allem, wir mussten auch fast in sein Rohr, sein Rohr, sein Rohr, komm. Fisch, der hält weg. Geh weg. Ja, ja. Geh weg. Boah. Hat hier ein Loch reingesprengt. Das ist hier fast schon Geomod-Engine. 40 Prozent Handel noch. Ja, es gibt ein Level, wo du dann in den Panzer fährst und du fast alles kaputt schießen kannst. Und wenn man den jetzt zersprengt hat, sag ich mal, oder auch dabei versucht, dann sehen wir, dass die Leute dann oben rausklettern. Und nein, das sehen wir nicht. Hab ich's doch gewusst. Hat's mich erwischt, ne? Mhm. Haben wir noch Zeit? Wollen wir kurz, lassen wir mal hier. Oh, die Statistik. Nee, haben keine Zeit mehr. Egal, an der Stelle brechen wir dann die Demo einfach ab. Ihr saugt euch die Demo. Da geht's noch ein ganzes Stück weiter. Also die ist auch wirklich umfangreich und komplex für eine Demo. Ist zwar 175 Megabyte groß, aber hey, dafür gibt's eine nette Demo. Und jetzt machen wir gleich weiter mit Vampire Slayer. Eine tolle Mod für Half-Life. Bist du fertig, du dreckiger Vampir? Ich gerade wollte ich anfangen, dass ich ihm jetzt den selbstgeschnitzten Flock in den nächsten zwei Minuten ins Herz rammen werde. Und zwar bei Vampire Slayer Beta 3. Aber nein, das Knoblauch unterm Tisch hatte ich ein bisschen fertig gemacht. Boah. Die Augen richtig rot unterlaufen. Ich mutier hier schon langsam zum Vampir. Die Beta ist, glaube ich, ein paar Tage alt. Sie ist uns leider damals entwischt. Jetzt haben wir sie, haben wir es nachgeholt, angezockt. Version 3 von Vampire Slayer. Ein Half-Life-Mod. Und wir haben vorhin geguckt bei GameSpy, haben wir uns mal angeguckt, wie die Server so verteilt sind, welche Spiele zurzeit am meisten gespielt werden. Das war nicht hundertprozentig repräsentativ, aber immerhin. Und Vampire Slayer ist, glaube ich, das dritte oder vierte Spiel, also der viertbeliebteste Half-Life-Mod derzeit. Echt? Cool. Gibt, glaube ich, mehr Vampire Slayer Server als Operation Flashpoint Server. Oder AVP2 haben wir geschaut. Oder AVP2, ja. AVP2 ist ein gutes Stichwort. Das Spiel ist sehr ähnlich. Schauen wir mal, wie es aussieht. Ja, der Etienne ist schon auf dem Server. Ich komme gleich rein. So sieht das Hauptmenü aus. Und wir suchen mal, haben wir, finden wir sein Spiel, finden wir bestimmt. Oh, Exeklinken? Nein. Nicht? Bist du draußen? Nee, ich bin drin. Der Server steht. Okay, requesting Server Information. Wir sind im Level Blade. Das ist ein Level, der sehr angelehnt ist an den Film Blade. Und zwar ans Ende. Gibt es da diesen Tempel, den Hochgezogenen, wo sie dieses Ritual machen wollen. Und so weiter und so weiter. Und wir wählen uns jetzt am Anfang unser Team aus. Wollen wir einen Slayer oder wollen wir einen Vampire? Du musst Slayer nehmen, weil ich bin Vampire. Und ich werde dich jetzt erstmal schön so... Und jetzt haben wir zwei Charaktere zur Auswahl. Da sollen noch ein paar mehr kommen später. Die unterscheiden sich in ihrer Waffenauswahl und in ihren Eigenschaften. Molly hat zum Beispiel eine Uzi. Vater D hat eher so ein Kreuz. Ich nehme ihn erstmal... Vater D mit der Schrufwinde und dem Kreuz. Und wir können mal zeigen, was hat er denn so für Waffen. Also hier haben wir hier den Flock und den Lateinlehrer auch mit inbegriffen. Er murmelt da irgendwelches Zeug, ist dann immun gegen irgendwelche Angriffe und kann natürlich dann den Flock stechen. So, einhauen. Dann hat er die normale Schrufwinde. So, Einfachschuss, Zweifachschuss und die Doppelläufige. Wobei das cool ist, wir können primär feuern und sekundär und danach lädt er dann nach. Also jedes der beiden Rohre ist mit einer Feuertaste belegt. Und wo bist du? Oh, ich höre dich. Hilfe. Vampire können natürlich riesengroß springen und rennen und machen und tun. Da ist er. Komm mal her, zeig mal ein paar Moves hier. Komm. Jeder Vampir hat auch eine Spezialfähigkeit. Was ist deine jetzt? Kannst du dich unsicher machen? Ich kann quasi mein Nachtsichtgerät einschalten. Jetzt machst du dich immun gegen meine Angriffe, aber das würde ich nicht nutzen. Und wenn die Regie mal ganz kurz meinen Bildschirm zeigt, dann zeige ich mal ganz kurz ein paar Vampir-Moves. Zum Beispiel gibt es da nämlich eine sehr ähnliche Attacke, die es auch bei Alien vs. Predator gibt, die der Alien kann. Die Leap-Attack. Die geht so. Oh, da springst du aber ordentlich. Die funktioniert wie ein normaler Duck-Jump bei Counter-Strike. Also erst ducken und dann springen. Und er kann halt normal springen. Dann hat er halt verschiedene Angriffe. Wobei, die immer den gleichen Schaden machen. Ich glaube mit einem Schlag und du bist weg. Und halt eben noch die Wärmesicht. Der andere Vampir hat eine andere Special-Funktion. Also jeder Vampir hat eine Special-Funktion. Derzeit gibt es zwei verschiedene Vampire. Ne, drei gibt es. Drei. Zwei männliche und einen weiblichen. Achso, okay. Den weiblichen habe ich noch nicht gesehen. Also der andere männliche Vampir, der kann jedenfalls noch unsichtbar werden. Unsichtbar werden. Also mehr oder weniger. Im Dunkeln fällt es dann auf. Die Frau kann übrigens coolerweise im Sonnenlicht laufen. Vampire dürfen nicht im Sonnenlicht, sonst verbrennen sie. Das ist auch eine coole Funktion von dem Mod. Ja, wollen wir mal irgendwie langsam so. Komm doch. Das kann ich natürlich jetzt nicht nachmachen, was er gemacht hat. Wenn ich da runter springen, bin ich Matsche. Ich kriege den nicht. Okay, jetzt geht's los. Jetzt haben wir alles erklärt. Und jetzt wird nichts mehr erklärt. Jetzt wird gemetzelt. Man muss sagen, die Maps sind eher Unterpaar. Also das ist eine der guten Maps. Ich komme dich holen, Junge. Es gibt so von den Dutzend Maps vielleicht vier, die richtig gut sind, aber die anderen sind richtig schlecht eigentlich hier. Ich hoffe mal, da arbeiten die noch dran. Das ist wirklich so der große Kritikpunkt an der Mod noch, dass die Maps nicht mehr auf dem aktuellen stattfinden. Aber die Map hier, die Blade-Map, die gefällt mir schon ganz gut. Wir werden auf jeden Fall morgen versuchen, einen Server aufzusetzen. Und die Chancen stehen gut, dass das klappt. Das heißt, saugt euch das Ding schon mal. Morgen gibt es es auch bei uns. Komm her, komm her, komm her. So, jetzt geht's hier. Haha, ich bin immun. Oh, ich glaub nicht mehr, oder? Jetzt nicht mehr. So, was ganz wichtig ist, wenn er mich jetzt gefragt hätte, wäre ich nämlich nach ein paar Sekunden wieder auferstanden, dann hätte er mir erstmal den Flock ins Herz rammen müssen. Und was du hättest auch machen können, du hättest mein Blut trinken können. Ach ja. Genau, da hättest du dich wieder... Aber das ging nicht, weil die Runde eh beendet war, weil wir nur zu zweit sind. Stimmt, das werden wir dann morgen sehen, wie das geht. Ich hab auch schon mal im Internet gespielt vorhin, das macht richtig Bock. Es ist so ziemlich schnell und actionlastig, so wie Action-Half-Life. Aber ist mal was anderes. Also ich finde, das ist wirklich einer der wenigen Mods für Half-Life, die auch wirklich eins gegen eins was taugen. Also es macht schon Spaß. Ja, die Levels sind halt alle sehr groß insgesamt, aber dieses Feeling, dass man so gegen den Vapier ein bisschen aufgeschmissen ist alleine, das kommt schon rüber. Übrigens, wenn ich tot bin, versuch ich mal die andere Jägerin zu nehmen. Die hat nämlich auch coole Waffen. Ich könnte mich eigentlich auch mal töten. Warte mal, lass mich mal tot machen hier so. Nein, jetzt hab ich noch zwei. Super. Na komm schon, wo bist du? Ah, 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 ah. Schmecke meinen Pflock, böser Geist. Okay, ich mach mal was Tolles. Hol mich. Wo bist du denn? Ey. Ja, super. Ups, nein, ich bin rausgefallen. Machst mich mit. Komm her hier. Du bist echt ein Loser. Gleich kriegst du mein Kreuz in die Spritze hier. Komm. So, noch einmal kurz vielleicht. Jetzt hab ich die Molli gewählt. Was hat die für Waffen? Eine Armbrust. Schoktuk. Wo bist du? Bist du hier irgendwo in der Nähe? Nee. Dann hat sie noch eine nette Uzi. Mit ziemlich viel Rückstoß. Und was hat sie noch? Noch irgendwas. Ach genau, ein Flock und eine Knarre. Genau. Werden wir morgen alles noch sehen. Was spielst du morgen wieder? Vampir, du Loser? Mal schauen, ich glaub schon. Und ihr zockt mit. Morgen Vampire Slayer Mod bei Giga Games.